... mit vielen Akteuren sprechen müssen. Es ist richtig, dass wir im Bereich des Journalismus, im Bereich Medien in Deutschland eine vorsichtige Kultur pflegen. Nach den Erfahrungen, die wir im Dritten Reich machen mussten, ist es gut, dass wir hier sozusagen gerade dann, wenn der Staat, wenn Regierungen aktiv werden... ... während der Zweite Weltkriege gab es hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... mit teuren, erfolgreichen Anwälten möglich ist hier... ... in dieser Corona-Krise, sie haben unser Gesang schafft... ... mit teuren, erfolgreichen Anwälten möglich ist hier... 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 ... mit einem neuen Anwälten möglich ist ...